Chioptik ist seit 2013 Tochterunternehmen der amerikanischen Firma Exelitas. Lasst euch da also nicht verwöhnen, wenn ihr in Zukunft Exelitas lest. In Deutschland hat Chioptik vier Standorte. In Feldkirchen, Regen, Asslar und am Hauptsitz hier in Göttingen, an dem über 300 Mitarbeiter beschäftigt sind. In Wiesbaden befindet sich ein Sitz von Exelitas. Weltweit haben wir über 7000 Mitarbeiter. Grundsätzlich werden bei uns Industriemechaniker, Industriekaufleute, Fachkräfte für Lagerlogistik und vor allem Feinoptik ausgebildet. Auch ein duales Studium im Bereich Feinoptik ist möglich. Dieses Jahr haben wir zwei freie Stellen im Bereich Lagerlogistik, zwei Stellen im Bereich Feinoptik und eine Stelle als Industriekauffrau oder Kaufmann. Da der Ausbildungsberuf Feinoptiker nicht so weit verbreitet ist, haben wir hier eine kleine Übersicht. Prinzipiell geht es um die Fertigung von hochpräzisen optischen Bauelementen, die Veredelung zum Beispiel durch Spiegel- oder Antireflexschichten und die Montage zu optischen Baugruppen. Die Sauberkeit steht hierbei an allererster Stelle. Hier ein kleines Beispielvideo zur Fertigung eines Prismas. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Die Anforderungen für eine Ausbildung sind natürlich abhängig von der gewählten Fachrichtung. Allgemein reicht ein qualifizierter Hauptschulabschluss. Da wir ein Technologieunternehmen sind, sollte Interesse an Technik und Naturwissenschaften vorhanden sein. Unsere Kunden haben sehr hohe Anforderungen. Deshalb solltet ihr ebenfalls ein hohes Bewusstsein für Qualität und exaktes, sorgfältiges Arbeiten mitbringen. Außerdem wird natürlich Lern- und Leistungsbereitschaft gerne gesehen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht noch, was für Tätigkeitsbereiche Exeliters hat. Unsere Produkte werden in der Medizintechnik, der Luft- und Raumfahrt, Forschung und Entwicklung und in der industriellen Fertigung eingesetzt. Die sind also sehr breit aufgestellt. In Göttingen sind unsere Spezialgebiete die Halbleitertechnik und die Planoptik. Letzteres meint die Herstellung von sehr ebenen Flächen. Wir sprechen hier von Ebenheiten im Bereich von bis zu 20.000 Zill Millimetern. Das bedeutet tausendmal kleiner als ein menschliches Haar. Da wird einem schnell klar, was selbst das kleinste Staubkorn anrichten kann. Was spricht nun für eine Ausbildung bei Chioptik? Zum einen wären da die sehr guten Übernahmeschancen nach der Ausbildung. Ein entspanntes, angenehmes Arbeitsklima und die flexiblen Arbeitszeiten. Aber auch die individuellen Weiterentwicklungsmöglichkeiten, eine intensive Einarbeitung nach strukturiertem Abteilungsplan und die respektvolle Unternehmenskultur haben ihren Reiz.